Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lesens 4 mit unserer Legacy-Challenge. So, wer oder was ruft an? Ne, du, ich hab keine Lust auf Restaurants. Heute ist wirklich nur Familienzeit. Nimm die ganze Familie einfach mal zusammen isst und es genießt. So, kleine Maus, du stinkst schon wieder. Ja, wir baden dich dann direkt. Beziehungsweise macht das dann mal der Papi, der dich direkt badet. Aber lasst erst mal alle ganz in Ruhe essen. Ach, das ist so schön. Aber Finn möchte sich, genau, Finn hat sich auch fürs Festessen interessiert, weil er einfach im Vielfraß ist. Na, ich find das schön, diese kleine Erzählrunde hier und alle und jetzt ist Finn gerade am Handy gewesen. Also, in Weihnachtsmann ist das schon schön. Okay, jetzt geht Madame erstmal kurz auf die Toilette, aber das ist ja vollkommen okay. Warte mal, damit du auch auf die Richtige gehst. So, du gehst danach hier auch und danach kannst du hier auf jeden Fall auch deine kleine Tochter baden. Und seit so vielen Schraumbad baden. So, diesmal Erik räumst du auf. Damit er so ein bisschen gerechter verteidert ist. Und Liam, du könntest ihn auch ein bisschen um deine Freundin kümmern. Flirken. Also, wir bekommen ja dann sowieso alle Geschenke, deswegen passt das schon. So, und dann können wir ihr nochmal direkt ein Kompliment über das Aussehen machen. Obwohl ich finde eigentlich... freundlich bitte ein Outfit zu zeigen. Und zwar könnte sie uns ruhig mal ihre... ihre Abendkleidung präsentieren. Lea, Mäuschen, du könntest hier ruhig aufessen. Ups. Wird die Kleine jetzt gebadet? Mausi, du musst gebadet werden. Dann badet sie halt hier oben. So viel im Schraumbad baden. Nein, Vicky, du bleibst hier. Warte, 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 Vicky, nein. Das habe ich gar nicht dann... Oh, Vicky, du bist so schlimm. Bleib doch einfach noch die paar Stunden hier. Wir laden sie jetzt einfach rein, über Nacht zu bleiben. Das passt ja auch. Und dann sollte sie uns eigentlich nicht mehr abhauen. Ja, eine Pyjama-Party. Das klingt sehr toll. So, aber du zeigst uns nochmal deine Abendkleidung. Das ist cool. Gehen wir sie mal direkt liebevoll umarmen. So, mal sehen, wie sie aussieht. Ich weiß gerade gar nicht, wer das hier gegeben hat. Ach, genau, dieses Outfit. Ach, ich liebe Weihnachten. So, dann könnten wir eigentlich langsam... Ist der kleine Stinkteufel jetzt nicht mehr stinkig. Sag mal, Leute, ihr solltet sie doch baden. Baden, bitte. Und zwar, dann fragst du halt Lea, ob sie dich badet. Deine Mama hätte mir gerade auch fragen können. Ach, apropos deine Mama. Oh, Fädelchen Frost ist da. Nach Geschenken fragen. Nein, du bleibst hier. Wo ist Finn? Finny? Wo bist du überhaupt? Warum tanzt du denn jetzt schon wieder? Du solltest dich um deine Tochter kümmern. Wo ist deine Frau Verlobte? Die lädst du jetzt nämlich auch mal ein, über Nacht zu bleiben. Ähm, je nachdem geht das mal romantisch. Ähm. Wieso kann der nur einsam... Janett verbringt bereits die Nacht hier. Brie verbringt sie gar nicht. Sie haut ja schon ab. Ähm. Ähm. Vicky verbringt die Nacht hier. Na, dann müssen wir sie ja nochmal bitten abzuhängen, damit sie nicht abhaut. Ah, das ist jetzt echt ungünstig, dass die kleine Maus so stinkt. Aber wir könnten ja mal mit anderen Leuten um die Geschenke bitten. Zum Beispiel mit, ähm... Ja, Lea, du müsstest dann auch mal aufhören, Fernsehen zu sehen, bitte. Und du gehst jetzt noch nicht... Wieso geht ihr denn denn schon alles schlafen, Leute? Es ist Weihnachten. Da kann man auch mal länger aufbleiben. Und das gilt doch für dich. Ich weiß, du bist alt, aber du kannst trotzdem länger aufbleiben. Und jetzt haut er ab. Na toll. Dankeschön. Na, dann geht halt, Alter. Die, die keine Lust mehr haben, können ja abhauen. Und du hast keine Schlüssel Popcorn, sondern du redest jetzt wirklich nur mit Lea, ob sie dich badet. Oh, Leute. Ist denn das so schwierig, das kleine Kind zu baden? Lea, bade bitte deine kleine Nichte. Dann könnten wir eigentlich fast mit der Geschenke runter anfangen. Oh Gott, das ist ein Kampf, die Leute hier zu bringen, dass sie baden. Oh nein, er ist wieder da. Freundschaftlich vorstellen. Mach das doch mal. Ja, sehr schön. Jetzt wird die kleine Maus endlich mal gebadet. So, wer ruft jetzt an? Äh, nein. Aber Kim. Hey, Kim hat angerufen. Das heißt, sie scheint gar nicht so uninteressiert an uns zu sein. Du gehst jetzt bitte auch mal runter. Ihr seid ja jetzt schon alle hier am Pennen. Leute, wir müssen noch die Geschichte... Und dann wollen wir Fädelchen Frost nach Geschenke fragen. Oder wir kämpfen. Ich denke, er ist auch so jemand, der kämpft gerne auch um Geschenke. Aber wir sollten erst mal auf die ganz alte, normale Weise, Geschenke öffnen. Deswegen. Geschenke öffnen mit. Und zwar mit dir, 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 dir und dir. Können wir jetzt wahrscheinlich nur... Oder können, warte mal. Wenn du das machst, können wir dann mit allen Geschenke öffnen? Ähm... Geschenke öffnen mit. Und zwar mit dir, dir. Ja, da ist Vicky auch dabei. Sehr schön. Nein. Diese Doppelklicke immer. So. Dann gehen wir doch mal alle zusammen Geschenke öffnen. Und irgendjemand ruft an. Janet, nein. Janet, gerade nicht. Und Mausi, du bleibst bitte auch hier wegen Geschenken und so. Okay? Die ist ja schon ganz schön fix unterwegs. Warte! Wer kämpft denn jetzt hier? Nein, du solltest das doch später machen. Ach Leute, ihr solltet doch einfach nur Geschenke öffnen. Ohne euch zu prügeln. Ach, ja. Auf Wiedersehen, gute Konfliktlösung. Wär's für schön mit dir. Habt ihr's dann? Toll! Aber Erik hat jetzt ein paar Sachen im Inventar. Einmal Buch und ein paar Teile und so ein Zeug halt. Sehr schön. Zukunftswürfel. Würdest du bitte hier bleiben und auch ein Geschenk öffnen? Lara, du auch? Wir müssen noch zusammen singen. Leute, es soll ein schön... Oh Gott, so viele Sims sind echt stressig. Ja, dann singen wir alle nochmal zusammen, würde ich sagen. Wieso ist Luna da? Egal. Ist Luna das geheime Väterchen Frost? Nein. So, dann singt doch alle mal. Leute? Schüscha? Schüscha. 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 Oh, ich finde die Lieder so schön. Auch wenn sie absolut nicht singen können. So, da müssen wir auf jeden Fall noch das da singen und Leute, was macht denn jetzt alle? Na dann, musst du singen? Oh, das Lied ist so schön. Und irgendwer stinkt, bist du das, Lea? Okay, jetzt dürft ihr liebend gern alle ins Bettchen gehen. So, du gehst in der Dusche singen, dann gehst du schlafen, du gehst schlafen, du gehst schlafen. Finn schläft schon. Erik, du gehst dann auch direkt schlafen, obwohl du auch dringend... Nein, warte, du gehst davor duschen, weil du stinkst wirklich ein bisschen sehr eklig. So, duschen, dann kannst du hier schlafen gehen. Finn schläft schon, die kleine Maus schläft schon. Ihr geht alle schlafen. Ja, es sind alle wirklich sehr, sehr mit und ich hoffe, sie geht in das richtige Zimmer hinein. Ja, sehr schön, sie geht zu Liam. Stinkt sie auch so? Oh, ich glaube, sie miefet auch ein bisschen die Gute. Aber es war doch an sich ein echt schönes Fest. Auch wenn die Kleine nicht zum Geschenke... Oh Gott, sie wird ein grausames Weihnachtsfest gehabt haben. Ich sehe es schon kommen, weil sie halt nur eine Tradition, die sie umgefügt, erfüllen wollen wurde. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass sie dann abgehauen ist. Oh Gott, der Käfig stinkt jetzt auch schon wieder. Okay, Lea, bevor du dann ins Bett gehst, musst du mal ganz kurz bitte den Käfig säubern und vielleicht ihren Leckerchen geben. Und danach kannst du schlafen gehen. Und haben wir denn Silvester? Auch bald. Und dann, ja, verlassen uns auch schon bald Finn und die kleine Sophie. Und dann auch bald Erik. Oh Gott, ich muss die beiden unbedingt noch unter die Haube bekommen. Also auf jeden Fall, Lea, bei ihnen ist es ja sowas fest unter die Haube. Aber ich möchte, dass sie hier noch einen Freund finden will. So lange ist das gar nicht mehr. Und hier hat dann er... Hahaha, es geht jetzt alles ziemlich fix voran. Ja, sie werden jetzt alle erwachsen nach und nach. Wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen ranhalten hier. Erfolgreich, erfolgreich ist vorbei. Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Ja, sehr schön. Wann scheide mit allen Sims 50 bronzer? Ja, danke schön. Dann abschlaf mit dir, Mausi. Und jetzt schlafen dann sicher alle. Und dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle auch einfach mal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das Weihnachtsfest war sehr stressig. Ich weiß. Oh Gott, vor allem für mich. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Nein, nein, nein. Vor allem gefahren die sonst hier mit der Legacy Challenge. Beim nächsten... Oh, so jetzt da zu Besuch. Zoe. Na, du süßes kleines Ding. Ja, genau. Wir sehen uns dann halt demnächst wieder. Und wieso können wir das nicht weglegen? Ach so, weil es von Zoe ist und Zoe wahrscheinlich in unserem Haushalt ist. Sehr schön. Okay, gut. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Aufstehen. Ciao, ciao. Ciao.